Bei uns ist unser Co-Trainer André Kilian. André, wir sind jetzt hier im Trainingslager in Wesendorf, intensive Einheiten, zwei Einheiten am Montag, heute auch wieder intensiv. Aus deiner Sicht, wie liefen denn die Tage bisher? Ja, für die Jungs natürlich intensiv, aber für das Trainerteam natürlich auch die Organisation. Ich muss aber sagen, dass wir natürlich am Anfang mit den zwei, drei verletzten Spielern dann auch ein bisschen zu kämpfen hatten. Aber die Gruppe, die jetzt hier ist und die, die auch einsatzbereit ist, macht es richtig gut. Also die ersten zwei Tage auch sehr, sehr gut trainiert, immer auch viel investiert in den Einheiten. Und das Gute ist, dass wir natürlich hier bei den Bedingungen dann auch unsere Spieler, die angeschlagen oder verletzt sind, auch teilweise mit an Bord haben. Das heißt auch gerade für das Zusammenleben einer Mannschaft natürlich sehr wichtig. Immer so ein Trainingscamp am Anfang der Vorbereitung und bis hierhin muss man sagen, läuft es gut. Genau, und morgen ist ja dann so die Halbzeit, dann das Festspiel auch in Langlingen gegen Reden. Worauf kommt es in so einem Trainingslager allgemein an, was jetzt so die Belastungssteuerung angeht, im Verlauf der Woche auch? Also was steht so in den kommenden Tagen denn an? Ja, morgen versuchen wir auch natürlich die Belastung ein Stück weit zu steuern. Ist klar, wir sind noch recht frisch. Nach zehn, zwölf Tagen will man da auch noch keinen Spiel. Also fern ab der 70 Minuten ins Spieljahren ist auch klar, müssen wir halt mal schauen, ob wir die Belastung dann auch auf jeden einzelnen verteilen. Wir haben natürlich auch wie in jedem Testspiel den Anspruch, den Gegner zu besiegen, auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, zu besiegen. Auch dann schon da die Inhalte zu sehen, die wir auch jetzt in den ersten zwei, drei Tagen schon einfordern, die wir auch schon intern besprochen haben mit verschiedenen Workshops. Und da erwarten wir einfach auch von den Jungs, dass sie morgen im Zusammenleben auf dem Platz, was das Coaching angeht, was das Verständnis füreinander angeht, da auch schon einen klaren Schritt nach vorne gemacht. Du hast schon angesprochen, klar, es gibt ein paar neue Spiele, aber eben auch ein paar Veränderungen im Stuff. Wie ist so dein Eindruck bisher? Wie haben sich die neuen Jungs denn so eingefunden? Ja, top. Also gerade zwischenmenschlich, glaube ich, haben wir auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen und die anderen Dinge auch. Von daher bin ich sehr, sehr happy, dass wir den Stuff jetzt beisammen haben. Man lernt sich natürlich jetzt in der Zeit sehr intensiv kennen, wenn man ganz, ganz viele Dinge bespricht, dann auch mal Reibung erzeugt, ist ganz normal. Aber das finde ich sehr, sehr gut, sehr viel Action, sehr viel Spaß und so kann es auf jeden Fall weitergehen. Vor einem Jahr waren wir auch schon in Wesendorf, da ging es in der Vorbereitung um die kommende Drittligasaison. Jetzt, nach dem Aufstieg, geht es um eine Zweitligasaison. Welche Auswirkungen hat das? Welche Veränderungen stehen dann an? Gar nicht so viel. Natürlich gibt es mal eine Anpassung, jetzt auch mit einem neuen Datenanalyse-System arbeiten wir zusammen, wo wir noch so ein bisschen die Feinabstimmung auch dann testen müssen. Aber was den Ablauf, die Planung, die Akribie angeht, da ändert sich nichts. Also da ist jetzt auch in der Dritten Liga zur Zweiten Liga für uns kein Unterschied, weil der Anspruch ist der gleiche. Wir wollen eine Mannschaft aufs Feld schicken, die es schafft, Spiele zu gewinnen. Und es ist auch dann kein großer Unterschied, mit welchem Plan wir in die Saison gehen wollen, ob es jetzt Dritte oder Zweite Liga ist. Das heißt, die Anforderungen sind bei uns auch fast die gleichen. Abschließend nochmal die Frage. Es war jetzt ja wirklich in den vergangenen Tagen sehr extrem, was das Wetter anging. Wir hatten jetzt zum ersten Test in Elsenburg wirklich fast 40 Grad gefühlt auf dem Rasen. Danach fast ein Temperatursturz von bis zu 10 Grad, 15 Grad. Also da war es dann wirklich richtig kühl, gerade am Abend nochmal. Jetzt wieder so mittlere Temperaturen. Wir sehen es gerade, also es wird wieder deutlich heißer. Welche Auswirkungen hat es denn auf die Mannschaft, auf die Spiele? Das ist ja für alle eine Herausforderung, wenn sich die die Temperaturen verändern, wenn sich die Bedingungen verändern. Aber nicht nur für die Spiele, auch für den Staff, weil wir auch immer gucken müssen, was brauchen die Jungs an Versorgung, was brauchen wir vielleicht noch extra? Isotonische Getränke oder auch vielleicht Zitronen oder oder andere Dinge, die dann einfach den Jungs auch während des Spiels helfen. Von daher ist es sehr, sehr förderlich, wenn wir das jetzt in der Vorbereitung haben. Und wir wissen auch, glaube ich, dass in den letzten Jahren in Deutschland das Wetter wenig konstant war im Sommer. Von daher auch für uns jetzt nicht unbedingt eine Überraschung. Alles klar, Andre. Dann erstmal vielen Dank und natürlich weiterhin gute Vorbereitung. Dankeschön.